Wir spielen Capture auf Schneeblind mit Montana. Weil wir kein Tank haben und Montana auch schon eine Weile nicht mehr dran war. Und Capture, mal gucken, die gehen ja immer recht schnell, die Runden, ob wir denn noch eine zweite hinten dran hängen. Wo das jetzt immer ein bisschen blöde ist, weil durch den Patch kann man sich die Spielmodi nicht mehr aussuchen, sondern die werden einfach zufällig gewählt. Und mal gucken, was wir aus dieser Folge machen. Aber erstmal werden wir jetzt eine Runde Capture gewinnen. Die Gegner haben keinen Heiler von Montana. So, wir sind schon bei der ersten Plattform und eingenommen. Zack. Oh, da kommt er. Wir ballern erstmal schon mal direkt rein hier. Bei dem müssen wir natürlich... Oh, da kommen die anderen auch alle. Ups. Ist das die echte mit dem Schild? Kann sein, ne? Bam! Nein, das war nur ein... Das war wirklich nur der... Nein, könnt ihr die mal bitte töten? Wir haben nicht... Ja! Oh, wir haben... Ja, wir haben Heilung. Stimmt, wir haben ein Miku bei. Oh, und das ist natürlich richtig eklig. Hagelsturm verbrennt jetzt, Gegner. Ne, wir machen mal weiter mit dem Eis... ...Sturm. Der ist ja... ...auch noch eine... ...Überlieferungsherausforderung. Da muss ich, glaube ich, drei Leute auf einmal... ...verlangsamen mit dem... Oh, jetzt schon ein Level auf wieder. Gesundheitsringe nach... ...steigt die Höhe, die Hitze ist... Ne, wir müssen andersrum machen, weil wir haben ja jetzt auf... Oh, ich mach mal den... Boom! Na, Kampfschaden hier. Genau, mach den kaputt. Da oben ist er. Ups. So. Wir machen mal so. Zack! Das ging daneben anscheinend. Ach, schade, jetzt überhitzt die gleich. Wo man ja dafür ganz gut den... ...Kältesturm benutzen kann. Ja, ja. So. Hä, wird hier gekämpft? Wer denn gegen wen? Hoch. Sie? Bin ich hier auf den Kopf gesprungen? Die ist ja bestimmt gar nicht mehr hier. Hä? Da hinten. Sollen wir da mal hinstürmen? Wir rennen einfach mal hin, ne? Jetzt denkt sie, sie kommt weg, aber... Ach, muss ich das vielleicht gedrückt halten, Tasse, dass er weiter sprintet? Ist das so? Müssen wir uns mal von Miko heilen lassen? Ist Miko noch hier? Hallo? Nee. Okay, aber wir haben auch ein bisschen Lebensregeneration. Ja, ist sie schon wieder da? Ja. So, diesmal kriegen wir sie aber. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt hier alleine drauf geht. Das ist doch gar nicht so klug. So ein blöder Klon, ja, kaputt. Genau. Woops, jetzt sind sie da. Ja. Boom, getroffen. So, und da ist man ja auch ein bisschen mit der Schadensreaktion dabei. Bei dem Eissturm und leider kamen das noch Mike dazu. Das hätten wir gehabt. So, da übernehmen wir gleich die... Wir haben die Führung übernommen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir hier hin müssen, am schlauesten. Da ist... Genau, ein Wahnsinnszuell, da ist Mike. So, aber wissen Sie, dass Rath hier ist? Dann machen wir den Eissturm an. Vielleicht hilft das sogar. Ach Mist, das war nur der Klon. Oh, ich stürme rein. Zack. Und Mannsformationen an. Nein, die hat Cooldown. Das war gut. Mist, das hätte... Oh, die ist hier, die ist hier. Boom. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Ja, das war doch schlecht. So, jetzt schlagen die Gegner gerade zurück. Das Gefühl, dass ich... Jedes Mal ist, wenn ich sterbe. So, hier können wir schon mal einen mitnehmen, ne? Genau, Hagelsturm. Wo sind der? Da. Bam. Transformation geht schon wieder nicht. Na, das hat er genau getimed, ey. 138. So, jetzt müssen wir langsam Hinne machen. Weil die Gegner haben ganz schön aufgeholt. So, hier geht's gegen Orendi. Wir schießen sie ab und nehmen dabei schon mal einen, genau. So geht das nämlich. Wunderbar. So, der macht Faxen, dafür haben wir gar keine Zeit. Da kommt der Yander an. Äh, nee, das ist... Das ist nicht so klug. Das ist nicht klug. Jawohl. Sind wir wieder in Führung. Jetzt können wir die auch in Kämpfen verwickeln. Das würde jetzt denen auch schaden. Ups, das Mike auch noch. Mach mal die, die ihr kaputt. Das brauchen die nicht. So, dann müssen wir B nehmen. Weiß nicht. Das A. Ups. Oh, das ist schlecht. So, wir rennen einfach mal hier hin. Vielleicht können wir noch was schaffen. Auchmanns Formation an und es bringt gar nichts. Mist. Ist, glaube ich, auch nur reduziert, ne? Denn... Reduziert man Tanas erlitten den Schaden. Ja, man weiß von nicht wie viel, aber man kriegt ja trotzdem da welchen. Einschlagschaden erhöhen oder reduziert... Äh, Einschlagschaden. Ja, jetzt haben sie es doch beinahe geschafft. Weiß nicht, ob wir das jetzt noch verhindern können. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt durch Zufall den ganz viel wegnehmen. Auf einmal. Oh, nein. Okay, und weiter geht's, weiter geht's. 50 Sekunden. Jetzt müsste irgendwo anders noch jemand drehen. Was ist bei B? Ne, da ist nix. 9 Sekunden. Ne, das schauen wir nicht, ne? Ja. Nein. Schade, 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 schade. Aber da müssen wir wahrscheinlich noch eine Runde ranhängen. Ja, da gab's nicht besonders viel Erfahrung für. Das war schlecht. Hier haben wir wenigstens einmal gekommen. Warte, da fehlt nur noch einer, so. Neun Spiele mit Montana. Au, das haben wir auch schon wieder geschafft. Ja, haben wir irgendwas mit ihm? Ja. Schaden erleiden, das können wir. Mehr nicht. So, zwei Kills, nur der hat gar nichts. Ja, war nicht so gut. Die Gegner waren jetzt auch nicht so krass, aber... Haben sie trotzdem geschafft. Ja, dann nächste Runde. So, wir spielen nochmal Capture, nochmal auf Schneeblind und nochmal mit Montana. So. Genau, den haben wir schon mal. Und besetzt, gibt's den Anfang. Oh, da kommen sie alle auf einmal an. Oh, ich mach mal gleich den Hagelsturm. Vielleicht können wir jetzt drei Leute oder so auf einmal treffen. Ja, das ist ein bisschen uncool. Die haben jetzt zwei Tanks dabei. Mindestens. Ups, das war doof. Bam. Oh, das hat sie gestunt. Jawohl. Gleich nochmal den Hagelsturm hier an. Das macht ja auch weniger Schaden für mich. Und es war nur ein Assist. Wer hat denn da jetzt abge... Hä? Das geschützt vielleicht. Okay, Level auf machen wir noch. Feuersturm machen wir diesmal. Glaubt nämlich, das ist für Capture besser. Weil wir hier selten Leute... So viele Leute auf einem Haufen haben, dass wir da... Drei auf einmal... Stunnen könnten. Oder verlangsamen könnten. Oh, das ist der miese Marquis. Der, der weiß natürlich... Dass er gegen Montana gut ist. So. Das hast du nicht umsonst gemacht. Naja, hat dann Hilfe gekriegt. Mann. So. Aber wir führen bisher... Ich hatte schon so ein bisschen Sorge. Wo die am Anfang alle auf einem Haufen rumgerannt sind. Also wir machen mal hier an. Den Feuersturm. Treffen wir sie ja. Und wir verbrennen sie sogar. Nein. Nein, 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 nein. Boom. Nein, ich hätte mal lieber schießen sollen. Da hätte ich bestimmt mehr dabei rausholen können. So ein Mist. Das war... Das war knapp und doof. Jetzt macht das andere Team gerade so ein Comeback. Zack, jawohl. Wer ist denn? Wer ist das? Ne. So, vielleicht können wir den ja noch wegbrennen. Naja, da... Wenn wir an den rankommen... Oh, das war... Knapp für... Mist. Hat er nicht damit gerechnet, dass wir hinter... Drehen jetzt mal um. Vielleicht hat er das nicht mitgekriegt. Okay, C ist gesichert. Wunderbar. Ja. Das sind wahrscheinlich so auch die einzigen Charakter, die mir einfallen, die gegen Montana irgendwas ausrichten können, diese Sniper. Und Feuersturm. Na ja, du kommst hier nicht durch. Bam, da ist der Assist. Wenn wir die hier kaputt machen. So. Ja. Leider bist du mit dem Rücken zu mir. Macht euch bereit für das Kommen hier. Oh ja. Hehehe. Oh. Bam. Und nochmal Mannsformation. Jawohl. So, den haben wir schon. Da haben wir noch nicht. Wir sind jetzt Regenerationen, wie die Hitze höher ist. Ja, genau. Das brauchen wir. So, da steigt sie langsam an. Das ist genau. Ballern wir einfach mal rum, dass wir so ein bisschen die Hitze hochhalten, dass wir mehr Gesundheitsregeneration kriegen. So, Hagelsturm. Durchschlagen mehrere Ziele. Das ist gut. Bam. Machen einfach mal hier das an und die Mannsformation geht nicht. Die hat so einen langen Cooldown. So, jetzt machen die aber ein richtiges Comeback hier, ne? Oh, oh. Und weg bin ich. Können wir den? Kriegen wir den? Nein, kriegen wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier stehen und das bewachen. Sind die? Ne, da ist nur so ein Ding. Kein Problem. So, wir nehmen jetzt schon A1, B ist auch gesichert. Okay, C ist schon wieder weg. Mach wir den? Dass wir den denn abstauben, das wäre natürlich auch fies. Wie wen auch immer, der da kämpft. Den schnappt man zur Feierwolle. Da ist ein Level auf für. Oh, da ist Rath gegen... Oh, Belagerungsmodus. Der... Nein, genau beim Auftreten. So, und bevor jetzt die Runde vorbei ist, wollte Ahmed gegrüßt werden. Und damit bist du auch gegrüßt. So, die sind die alle unten. Zeig, was du drauf hast. Die einfach mal kaputt. So. Aber das ist nicht... Das ist nicht... Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Müssen... Nein, er hat den Feuerregen gerufen. War das ein feindlicher Mike, der den Feuerregen hier gerufen hat? Mann! Ja, er hat den Boden geleckt. So, jetzt haben wir ein Problem. Das wird eine richtig knappe Geschichte hier. Wenn wir das jetzt noch schaffen, irgendwas einzunehmen, dann haben wir noch was geschafft. Ja, toll. Und die Leute sind schon hinter mir. Boom, okay. Hat wahrscheinlich ein bisschen Schaden gemacht. Nützt nur nix. Weil die mich trotzdem umlegen. Wir brauchen... Ja, vorbei. Das war's. Ja. Was... Für eine Wendung für die. Das hätte ich nicht gedacht. Nicht schlecht. Ja, dann gab's natürlich wieder nicht viel. Und man kann jetzt, glaube ich, schon mal festhalten, ich bin nicht der beste Montana. Der müsste sich wahrscheinlich noch ein bisschen üben, weil wenn man gegen den spielt, ist der immer richtig ekelhaft. So, da haben wir ein bisschen was geschafft. Beim Schaden haben wir bestimmt auch was gekriegt, ne? Aber wie... Ja, das hab ich doch gesehen. Achso, das sieht vielleicht anders aus. Das ist, ich geh mal erstmal hier raus. Nicht, dass die... Probleme kriegen. Eine Million Schaden. Da muss man wahrscheinlich auch... ein paar Mal öfter mit dem spielen, dass man da hinkommt. 250 Mal als Friedenswieder spielen. Okay. Feuerschaden. Leider eine Million Schaden. Das ist das Symbol. Ja, wir haben 335.000 erst. Okay. Ein Kill nur in siebenmal gestorben. Ja, das ist Montana auch noch. Wir hatten aber auch diesmal keine Heilung dabei. Das hatten wir in der letzten Runde. Das war schon besser, obwohl wir da auch verloren haben. So, was gibt's hier? Manns Formation absorbierten Schaden. Ja. 2000. Na, das ist nicht schlecht. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde... in der nächsten Folge von... Battleborn.